Vor vielen Jahren in diesem Restaurant hier war der Hackfleisch-hassende Zerhacker ein einfacher Burgerbrater. Genau wie du. Nur schusseliger. Und dann, eines Nachts, als er gerade das Hackfleisch hackte, da passierte es. Hat er die Geheimsoße vergessen? Nein. Nicht die Hände gewaschen? Keine Gürkchen? Nein! Er hat sich aus Versehen die Hand abgehackt.